Und da sind wir wieder zurück bei The Walking Dead. Ja, ich kann gar nicht aufhören, das Ding hier aufzunehmen. Ey, es ist furchtbar, es war schon eine dritte Folge hintereinander jetzt. So, ähm, wir müssen den Gashebel vom Zug betätigen und hinfortfahren. Also los. Tschut-schut! Tschut-schut! Hey, Chuck. Hey, Ben. Hey, Clem. Hey, Kaccha und Duck. Hallo, Krippelzombie. 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 You gotta be hard on you, eh? Three adults, taking care of three kids. No disrespect, son. Wir schaffen das. We'll be fine. We've gone through just as much as anybody else. This one's gonna grow up quick. I already am. I don't doubt it, son. Lee. Lee, I need you. Right now. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Uh-oh. Uh. Thank you. Could you just get that off his face? Please. Oh. Er wird uns sowieso jetzt anfallen. Ich, äh... He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. Okay. Es scheint so, als ob... die Zeit für Klein-Ducky gekommen wäre. Ich gehe zu Kenny. Halt auf, wenn der Train fast fast verhängt. Ich muss diesen Train sofort verhängt. Okay. Gut. Das hat jetzt alles keinen Sinn mehr, mit denen zu... Quatschen. Hallo? Okay. Ich muss da vorne aus der Tür. Oh, Leute. Ey. Oh, Leute. Armer, kleiner Ducky. Aber irgendwann... muss das ja so weit kommen, dass... was ist. Müssen wir das tun? Lappen zeigen. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Your son's blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Wake the fuck up, man. This is over. He's dead. Don't you tell me to wake up. I got a real family I'm trying to protect. Not that fucking sham you're running back there. Und nun muss ich ihn... ...gegen den Kämpfen zurückfallen? Beruhige dich. Calm down and... How the fuck do you calm down after a day like today? By talking to your friend. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus. Oh, y'all are just making it worse. Du schaust den Tatsachen nicht ins Auge. Stop the train. Stop it, goddammit! Fuck you, Lee. You gotta listen. Oh, oh. Müssen wir ihn jetzt echt umsch... Knock this shit off. So, you wanna fight then? I just wanna talk, Ken. Then talk. That's... You couldn't save Herschel's son then? You couldn't save Herschel's son then? And you can't save Duck now. Shut your mouth! So you're running like a coward. Just leave me the fuck alone! I don't need you! And Duck doesn't need you! I told Kaja I'd get you to stop this, and you'll bet your ass I'm gonna. Come to Besinnung, Kenny. Nie los. You want to hurt people, because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you're fucking loose everything, acting like this. I'll fucking kill you, before I let that happen. I'm sorry. Na, endlich. Oh, nein. Ken, it's... I think it's time. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. Nimm die allezeit die du brauchst. Take as long as you need. There ain't no time left to take. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if... what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep. Right, hun? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No. You don't have to. Oh, god. Fuck. I can't. I can do this. You can't. I love you, Ken, but this is beyond you. I'll do it. No. It should be a parent. No parent would have to do something like this. Lee's right, Kat. We can say our goodbyes and... Just let that be it. I don't know. Lee. You'd be doing this family very seriously. Why don't we take him into the forest? So Clementine doesn't have to see. Yeah. Give us a moment to say goodbye. Of course. What's happening? Ich werde mich um Duck kümmern. Ich erlöse ihn von seinem Leiden. Alter, ist das krass. Oh nein, was ist geschehen? Oh, Gott. Ich heul hier gleich schon. Verdammt. Hat sie sich grad... Oh Gott. Oh Gott. What the hell happened? What did you... She couldn't... She... She just... Oh... Oh fuck! Oh Gott. Oh Gott. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. Ich muss jetzt wirklich den Sohn erschießen. Oh Gott, im Himmel, ey. Das ist so krass, ey. Oh Gott. Ich kann schon gar nichts mehr sagen dazu. Ist auch, glaub ich, besser. Ist auch, glaub ich, besser. Das ist so krass. Krass. Ich glaube, das wird die stillste Folge ever hier. Du, sagst... Ja. Jetzt hörst du die Zeit. Das war's. Ich dachte, dass du... Das war's. Ich hab's mit dir gemacht. Ja. Du will, sagst nicht. Was hat Tuck gesagt? Das würde mit Tuck passieren. Das würde mit mir passieren. Was hat er gemacht? Swear. Entschuldigung. Ich werde mit ihm ein paar Szenen sprechen. Geh nicht so schuld. Hey! Wie geht's? Geh nicht mit meiner Frau. Geh weg von ihr. Entschuldigung, Junge. Ich hörte, du sagst, dass sie sterben wäre. Dass sie als Tuck endet. Warum hast du das gemacht? Weil sie ist. Ich weiß nicht viel über dich, Leute. Aber ich kann dir sagen, dass die Sonne morgen morgen kommen wird. Aber ihr geht weiter, und diese Frau wird es nicht machen. Was wissen Sie? Ich weiß, dass du keinen Plan hast. Wir kommen nach Savannah, und dann was? Wir finden ein Boot. Wir finden ein Boot. Du denkst, das ist eine neue Idee? Du hast sogar die fuggieste Idee, wo du einen von diesen finden findest. Schau, sitz mit der Frau und hach es raus. Find eine Mappe, für Christ's sake. Ich gebe dir eine, wenn ich es hatte. Und wenn etwas mit dir passieren würde, wird es nicht. Ich bin kein Friseur, eine Waffe soll das ein Witz sein. Wie ein Witz. Wie ein Witz. Was? Sie ist zu jung, zu handeln? Sie sind nicht zu jung. Nicht mehr. Sie müssen sie als eine lebende Person. Das ist es. Sie leben, oder Sie sind nicht. Sie sind nicht klein, Sie sind eine Frau, Sie sind ein Mann. Sie sind nicht stark oder smart. Sie sind alive. Schau mal auf die Haare. Findet ihr ein paar Haare in meinem Pack. Und dann schau sie das Haare bevor Walker macht es für dich. Und dann, wie sie eine Fülle benutzen. Denn, wie es oder nicht, das ist das, was deine Leben auszucht. Ich will nicht sagen, wie du dein Job machst. Aber viele Leute haben bereits zu sterben. Sie haben. Und sehen eine kleine Frau sterben kann mir einfach zu mir. Ich verstehe. Ein Witz, eine Haare-Cut und eine Fülle. Das ist gut ein Witz. Es ist etwas. Ich habe Duck erschossen, weißt du. Wohin gehst du denn? Wohin gehst du denn? Äh, dieser Weg? Ich meine, wenn wir nach Savannah kommen. Ich habe ein paar Ideen. Wir haben eine Gespräche, wenn wir da kommen, über, ob du Leute nicht mitgekommen willst. Und hast du Familie? Hast du eine Familie? Ich bin da irgendwo. Ich bin auf meinem eigenen Leben seit 14 Jahren. Entschuldigung, dass du das hörst. Ich habe niemanden zu schmerzen. Dann bist du also heimatlos. Dann bist du also heimatlos. Dann bist du heimatlos. Ich glaube. Ich habe hier und da Hände gehabt. Und sie funktionieren einfach nicht. Ich mag einen Drink. Du weißt? Ja. Hast du einen? Nein. Darn. Sei sicher hier oben. Du glaubst. Ja. Ach, er ist ja doch. Er ist ja doch vielleicht ganz nett. So. Dann müssen wir jetzt echt Clementine darauf vorbereiten, ey. Sich mit den Untoten zu messen. Aber vorher. Kartenfach. Warte mal. Okay. Ich glaube auch nicht, dass er reden will. Möchte Ben vielleicht reden? Hey Ben. Hey. Carly hätte nicht sterben müssen. Und sehr viele sind wir ja nicht mehr. Ja. Ich glaube nicht. See you. Ja. Ja. Hau rein. Ach, hier steht Schnaps für den Guten. Der gute Whisky. Das ist ein 5. Whisky. Rucksack Chucks Lager. Er lebte hier schon lange. Eine Schere. Ich hoffe, dass wir das auf der Strecke viel länger sind. Ja, das wäre schön. Na gut. Geben wir erstmal den Schnaps dem guten Chuck. Der wird sich freuen. Oder vielleicht Kenny. Okay, geht nicht. Hier, alte Socke. Ich habe das gefunden, wenn du es willst. Verdammt. Ich habe nicht gedacht, dass ich es noch hatte. Danke. Willst du einen Nippen? Gerne. Klar. Da kommt der Schmerz. Ist das in der Schmerz? Nein. Das wäre nicht so. Ich habe nicht geknommen. Nein. Ich habe nicht geknommen. Ich habe nicht geknommen. Ich glaube bestimmt einen mit dem Kippen. Könntest du einen Schluck vertragen? Dann können wir das Kratenfach durchwühlen. Zack. Pistole haben wir ja. Kein Problem. Können wir hier noch was... Fing an bei dem Haarschnitt? Genau, damit fing es an. Falls du mal reden willst. Wegen meiner Vergangenheit. Dein Katt wäre okay mit dir. Also vergiss es. Okay. Gut, jetzt haben wir ihn ja genug geärgert. Und dann würde ich sagen, ohne zu fragen, fangen wir in der nächsten Folge dann an, Clementine darauf vorzubereiten, gegen Zombies zu kämpfen und mit Pistolen zu schießen. Also bis dann. Tschüss.